Da oben ist ein Wildschwein! Echt? Los klatschen wir! Alle gegen einen! LOL! Ich habe Rücken geschafft! Ich bin nicht gespannt, wirft kann man... Man kann echt nur einmal... Hat wer von euch grad sehr viel Hunger? Das ist groß! Ich habe voll vergessen, wie die äh... Musik sich anhört. Ich helfe dir mal! Oha! Es hat mich getroffen! Ich nicht! Schon wieder! Oh! Meins! Was ist da für alle noch? Ich will mir einen Rucksack basteln. Haben wir eigentlich schon geforscht, dass wir Rucksäcke machen können? Ja... Wo ist denn der Tisch? Man braucht noch Wolle! Achso! Das heißt, er muss erstmal Schafe finden! Ja, stimmt Wolle! Davon bekommt man bestimmt Wolle! Ein Lama? Mhm! Das kann sein, ja! Guck mal! Oh, bitte spuck nicht auf mich! Bitte spuck nicht auf mich! Bitte spuck auf Fähne! Gib hier Ich rufe hier! Ich rufe hier! Die muss man irgendwie zuerst fangen Ah, hier gibt's ne Jumpin' mal nach oben! Die Musik, die ich meine, die ist doch auf dem Wasser gewesen, oder? Ich rufe den Wind Waker! Sehfahrt Musik Warte, Wind Makar Wind Waker Ja. Ja. Und dann zieh. Zehn. Rote Beeren? Oh, hier oben ist ein Wildschwein. Endbosskampf, Junge. Noch eins? Ja, Endbosskampf. Zweimal. Dreimal, Junge. Eins. Zwei. Ah, ich hab kein Speer mehr. Wer da? Hey, such die eine. Aber die ist, glaube ich, auf einer Insel. Der Song. Unfeier. Kann ich kämpfen. Ja, mein Speer ist auch fast kaputt, sehe ich gerade. Ja, das war Dragon Roast. Dragon Roast Musik. Die Musik meine ich. Weil die Post sich passt auf voll zum Wasserthema. Wir kommen jetzt auch auf die Insel. Kann ich das Viech mit der Axt schlagen? Ah nein, das hat mich. Ich hab die ganze Zeit die Musik rausgesucht. Weil da kommt dieses Du kannst das Schwein nicht mehr da abstecken! Ich bin am Arsch, Bene. Ey hier ist ne Höhle. Alter! Habt ihr ne Schaufel in der Höhle, kann man... Hier sind Pilze, ne? Ich weiß. Aber ich kenne gerade hier oben noch gegen die Scheiß Schwein. Der Eck so pur! Bene, hast du ne Schaufel schon? Ah geil, ich bin am Arsch. Eine liegt hier unten, ja? Die hab ich in der Truhe gepackt. Musst du mal gucken. Kannst du benutzen. Wir fehlen Blätter! Nein! Schätzegräben mit Link. Los geht's. Warum fehlen mir Seile? Alter, ich komm hier nicht hoch. Wieso fehlen mir Blätter? Welche Truhe? Kleine oder große? Jungs, helft mir doch mal! Da ist welche rein hier oben. Mach alleine. Mach alleine. Mach alleine. Wie soll ich jetzt so ein bisschen klatschen? Helm, welche Truhe hast du dir da reingepackt? Ähm, die nützliche. Hier vorne glaube ich. Ja. Ja, da ist sie drinnen. Kann ich dich mit der Schaufel erschlagen? Ne. Kann ich die Schere? Ah, ich hab dir das Poloch geschnitten. Wo ist da ne Höhle? Megalisch, Rudi. Biestig. Ich will graben. Äh, ich will graben. Ja. Das ist keine Schaufel, das ist ein Paddel. Hä? Ich hab ein Paddel genommen. Ja, dann hast du dich vergriffen. Ja, die Schaufel ist immer noch hier drinnen. Scheiße. Äh, Junge, das Paddel sieht aus wie ne Schaufel. So, welche Truhe denn? Ganz vorne. Achso, die. Da hab ich nicht reingeschaut. Hier sind auch keine Blätter. Ich brauch doch bloß Blätter. Das will ich nicht. Wer greibt denn Schätze von Nintendo? Boah. So, zwei Schrott. Verdammt. Haben wir zwei Schrott noch? Ja, ich hab schon. Ja, jetzt kann ich graben. Und einen Bolzen. Und ich kriege Schmutz. Ich glaub, man kriegt davon nur Schmutz, ne? Ja, aber Schmutz brauchen wir. Schmutz brauchen wir zum Forschen noch, glaub ich, einmal. Und damit können wir dann Boden herstellen, glaub ich. Warum ist neben der einen Insel eine kleine Insel noch? Ich brauch jetzt erstmal Sperre. Wildschwein, ey, dich hol ich noch. Ey, wir sind Melonen. Die nehm ich mal mit. Ich hol mir das scheiß Wildschwein da oben. Alles klar, Destiny? Wenn ihr Hühner seht, greift sie nicht an. Sie sind unbesiegbar. Damit meine ich nicht was Bestimmtes. Äh, ich hab mich, glaub ich, gerade komplett verloren. Ah ne, ich bin durch die Höhle. Achso. Denkt ihr, es gibt Leute, die die Windmaker Musik hassen? Ja, gibt es. Ernsthaft? Von allen Leuten. Ah, es gibt von Jens, wie meistens. Ah, ich hab Frott noch gefunden. Ah, der Hai. Ist aber trotzdem. Selbst wenn du mal entspannen willst, ist die Musik gut. Nein! Hallo! Stimmt nicht ein Schwein! So, hab's! Ich hab das Schweinskostüm auf. Oder sieht man das gar nicht? Doch. Okay. Deswegen hab ich's so getan, so. Immer näher rangehen. Ah, alles klar. Oh, warte mal. Hier ist noch Schrott. Ich hab auch noch meine Wildschwein getötet. Nanananananana. Nanananana. Nanananana. Ananas. Ich kann in dem Spiel echt gut Bunny hoppen, ey. Oh, mein Speer ist immer noch nicht da. So. Uno Momento. Mal fix einmal. Neue Musik. Relaxing. Mama, bleib stehen! Dann halt nicht. Du 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 du. Ähh. Ich hab was schönes mitgebracht. Okay. Insel ist soweit gelootet oder brauchen wir noch was? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wollen wir das Lama jetzt mitnehmen? Ähh. Kannst du was, wenn du es, wenn du es, wenn du es ankriegst? Also so eine, äh, Schusswaffe haben wir ja, ne? Springler haben wir auch. Aber wir haben kein... Ähh. Oh mein Gott. Was? Wenn ihr könnt, macht euch einen einfachen Fischeintopf und tut eure Gesetze. Gesundheit oder euer Fressen, äh, voll machen. Was dann? Ich hab damit meine Hungerleiste erhöht. Echt jetzt? Ja. Hm. Das heißt wir müssen, was müssen wir machen dann? Ähh. Hier das ganz linke Rezept. Das ganz linke? Ja. Müsst ihr die Hand nehmen. Gute Schweinehaut übrigens. Und dann hier so die ganzen Dinger an die Seite legen. Und dann im Topf und dann braucht ihr, äh, die Schalen da. Ach so. Ja, warte mal. Das probier ich doch mal gleich aus. Die Sonne geht auf. Also, ich hab eine Tonschale. Und das packe ich in den Topf rein oder was das Zeug hier? Ne, also du brauchst erst die Zutaten. Also zum Beispiel zwei Kartoffeln. Also sprich... So, zwei Kartoffeln, die nimmst du und legst sie dann so drauf. Und jetzt brauchst du noch die zwei Fische. Ach, die legt man da einfach so drauf? Ach so, okay. Genau. Dann kommst du E auf den Koch. 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 Warte mal, man braucht nur eine Kartoffel braucht man. E zwei. Hä? Wo? Zwei Kartoffeln, zwei Möhren, zwei Heringen, zwei Heringen. Ach so, entweder. Entweder oder. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, Fische müsste ich mir angeln. Hab ich grad glaube ich nicht. Hab ich angeln? Angel. Da. Mit dem kriegst du die am besten. Einfach zweimal dieselben oder auch einmal von dem und einmal von denen geht auch? Wollen wir die selben? Geht auch. So, eins. Hab ich schon mal nen Lachs gekriegt. Toll. Jetzt ist die Angel kaputt, aber ist nicht so schlimm. Hab ich das? Und hab ich das? Geht das? Nein, das geht nicht. Oder? Nein, das ist großer Fisch. Das ist zu großer. Ich brauche diese kleine und noch eine kleine. Ich brauche eine neue Angel. Da werden schon wieder kein Wasser noch gefüllt. Ich. Weil ich bin ein doofer Mann. Hast du noch eine Angel? Nope. Ich muss Angel suchen. Ich muss Angel machen. Ja. Ich mache eine neue Angel. Eine Seile brauchst du. Da hast du eine Seile. Ich habe eine Angel. Ich habe eine Angel. Das ist rot. Okay. Ah. Rote Bären. Die sind sehr rot und sehr giftig. Okay. Ja, die habe ich auch schon ein paar Dinger reingepackt. So, jetzt habe ich eine rohe Makrele. Geht die denn? Nein. Ehring oder Barsch. Oh. Pack ich erstmal wieder hier rein. Äh, kleiner Tipp. Die normale Angel. Einzige Angel, mit der du die richtigen Fische bekommst. Oh, der Fisch greift an. Mein Speer ist kaputt. Ist kein Hai mehr ein Fisch, sondern, ne? Es ist jetzt ein Fisch, ja. Jetzt ist mein Speer gerade kaputt gegangen. Geht auch in du normale Angel. Oh, mein Essen geht runter. Geht auch in dir, bevor ich gehe. Schon wieder Makrele. Wie gesagt, du brauchst die normale Angel, nicht die Metallangel. Achso. Was war das? Gesundheit. Ich habe noch nicht mehr genießen. Ich habe dich angespuckt. Achso. Warzenschwein. Du frisst auch noch so wie ein Marzenschwein. Noch mehr essen willst du aber nicht, ne? Ne, ne, ne. Jetzt geht's wieder. Aber ich hab... Ich muss mir erstmal die normale Angel einmal machen. Ja, hab sie schon. Also soll ich sie nicht nochmal herstellen? Doch, habe ich jetzt. Weil ich könnte mir nochmal eine herstellen sonst. Ich habe jetzt noch eine extra gemacht, weil ich muss eh aufbrechen. Deswegen, das könnt ihr dann noch ein bisschen machen. Also soll ich mir jetzt nochmal eine machen? Ich habe die eine gemacht, weil ich jetzt... Aber wo? Achso. Achso. Okay, danke. Stimmt. Training. Ich habe keine Lust auf Training. Training ist anstrengend. Also alle... Muss deine Haare machen. So, jetzt habe ich einen Hering. Meine Güte. Sport ist nicht gesund für eure Muskulatur. So. Äh. So. Anfang mit kochen. So. Bis fertig ist, musst du eine Schale nehmen, eh drücken, dann hast du es. Glaub ich... Na, das bleibt nicht... Das bleibt nicht ewig. Das bleibt nur... Zeitweilig. Das sehe ich gerade. Ist ja doof. Ach, da ist der Eimer. Damit kann man melken. Oh. Anscheinend. Lama, melken. Ja, ich gebe euch mal die Schere, solange ich weg bin. Äh... Ja, ich packe die erstmal ins Inventar. Ich bin dann erstmal weg. Alles klar. Also, aber viel Spaß euch noch. Jupp, danke. Warum lässt du mich mit denen hier alleine? Ja, ich lasse dich mit denen alleine. Also, haut es rein. Und viel Spaß noch. User hat den Channel verlassen. Ja, sonst würde ich sagen... Machen wir mal weiter. Wobei... Ja doch, wir haben ja eh kaum Materialien. Ich habe keinen Speer momentan, ne? Gar nicht. Muss nur erstmal wieder einen machen. Äh... Ich brauche einen Bolzen. Verdammt. Metallbarren habe ich schon mal. Ach, davon brauche ich zwei. Dann mache ich mir erstmal einen einfachen Speer. Lol, er hat recht. Das geht höher. Der Hungerbalken. Wie lol. Oh nein, sag mir nicht, er hat das im Inventar gelassen. Was denn? Er hat diese Station mit diesem Buch in seinem... Ah ne, da ist sie. Ups. Erstmal versehen. Ohne Pilze wollte ich erforschen. Was kann man damit machen? Ach, haben wir schon. Haben wir Pilze schon erforscht? Es ist so leid, ich kann das nicht erforschen. So. So. Was hab ich gesagt? Was tun wir dir hier hin? Weil nicht erst mal wie. Was geht das? Ihre Fluche ist da nicht zu sehen. Hey... deles sind schon fertig, glaube ich. Bitte? Sind, glaube ich, alle fertig, oder? Kann sein Also, Kartoffeln und diese komischen Heringe Das mache ich auf jeden Fall mal, weil das ist ja richtig nice Ich gucke mal, ob ich das meinen Hunger habe, das sich doppelt erhöht dann Ah ja, so ein kleines Stück, okay, ja, das ist ja krass Na, wo ist er? Helpe, helpe, helpe Ich habe keinen Speer, ich habe keinen Speer Er ist tot, er ist tot, er ist tot Ich habe keinen Speer Ich habe es mit einem normalen Speer gemacht Okay, fertig Hat es Spaß, den Anker rauszuwerfen? Theoretisch brauchen wir hier jetzt zwar nicht mehr tauchen Weil ich habe jetzt alles Ja, wegen dem Hai Ja, der Hai ist tot, ich habe den Ich habe einen normalen Speer, habe ich hier Sonst, warte, ich gebe dir den Ja, ich habe den Hai gemacht schon, also getötet Ich packe alles auf den Grill Ich kann ihn auch noch töten Es ist so leid, um Fleisch zu bekommen, gib mir mal den Speer Echt jetzt? Bist du sicher? Ja, gib mal Sonst behalte ihn, ich mache mir einen neuen Ja, warte, der liegt da ja die ganze Zeit Ja, konnte ich ja noch Ja, okay, nice Ja, nice Du hast den nicht ganz getötet Dann habe ich ihn wahrscheinlich Ja, das kann sein, dass ich dann nicht eins Also eins zu wenig gemacht hatte So, ich mache mir jetzt einen Früchtekompott Ich mache mir jetzt Melone, Wasser, Ananas Ananas haben wir, glaube ich, nicht mehr Warte mal, ich gucke mal kurz Warte mal, ich gucke mal kurz Wir haben Samen dafür, das weiß ich noch Ne, Wassermelone Äh, nochmal Wassermelone Eigentlich wollte ich die wichtigen Sachen hier oben reinpacken Ananas hier Ja, Moment Ananas Samen nur Kann man hier was pflanzen? Nein Ah doch Naja Hier sind so noch Wassermelonen Samen und so Ich habe aber Ananas gefunden So, das brauche ich Das brauche ich Dann brauche ich die rote Beere, die habe ich hier Ne Da habe ich